Fabi? Ja? Wir sehen uns dann im nächsten Part in der ersten richtigen Test-Chamber Jo! Mit Glade-Dosen und so Oh, warte, ne! Ich kann die ja voll krass kaputt hacken Ja, ich würd' gar sagen, wir werden noch irgendwie da reingespringen Wir werden noch irgendwie da reingespringen Ja, wir werden noch mal da reingespringen Mach ich gerade Oder mach das so richtig krass'n Cliffhanger Oh, ne, doch nicht schon Oh, scheiße, ähm, warte, ne, jetzt bist du, glaub ich, ich muss wieder raus, warte, oh Nach und wieder ganz Eisegg Oh, nein, ich hab gestern, Paul, der Space bekommen Vorher ich mir entgegst, ich sitze und ich werde es auf jeden Fall spielen Es mir egal, ob du irgendwie, ob du das Pussig dafür bist Ich fühle scharf, verdammt So, hier sind wir, hier ist irgendwo so ein Portal-Cube Ich weiß, wie die Taille-Programme sind Ah, da hinten ist er, so, wir sind gleich weg Ui, jetzt Licht, ne, es ist schwarze, so Hm? Ja, ja, das ist folgendermaßen aufgebaut Wenn du in den, äh, aufzug gehst, dann wirst du am Ende, ähm, wird so ein Cube aktiviert Der ist irgendwo in der Map verbaut Und wenn du da noch manuell reinfliegst, dann, ähm, ich bin irgendwo, Fabi Oh mein Gott Oh mein Gott Also, du bist noch... Ja, du bist... So, jetzt Wow, 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 wow. Oh, what the fuck. nicht er vorliegt ist kennen wir doch die Stadt Frau auch mein Gott wo bist du vor werden ich war nur noch e-mail die Gäste auswarten du hast keine Porte zu tun du hast keine Porte Gantt und das war ein Schießbaub bei mir nicht er muss sie mal angucken das sei ja mal mehr als er hat sich eine Porte Gantt bei denen eben erst mal durchspielen und habe nicht kapiert so ich versuche den Job aufzufangen das ein bisschen abgeworfen 9 was er hatte ich habe die erste Beachtung wo ich glaube ich schon weg auf jeden Fall bei ersten mal spielen habe ich nie kapiert wie man hin kommen soll ich einfach nicht gesehen habe das so ja wenn wir die Säden und so ihre Wünsche hochkennen ein Witz selbst umbringen meine 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 das Kunde hält da meine und die Füße an nicht er gibt es nicht so regler aus so sie sind zum Glück haben wir noch nicht begonnen und so ist es jetzt muss man sagt das ist so viel er hat das ist so gut was ist nicht so gut so ist die ich durch die Kuh Kuhl-Ockstil durchs Umstände im Fall eines Totals ausweist bleiben die letzten total ausweist ich kann dann noch ein wieder und wieder durchs Leben der Niederlande er darf man nur aber aber du bist ja kein Mensch klar los du kannst keine Rache verspüren aber da ist die Klinik für sich durchliegen das ist so und jetzt weiß ich als ich hätte es einfach kaputt nur also okay geht nicht Prozent gilt es ist so der Altgraskohlen die bis man vorliegt gilt gilt er muss so hinter dir er kann oder was er das nur aber ich hab mir ich hab mir ich hab krass in der Sorte das ist so großartig zu dir mit Jürgen jählen und komm ich die Woche vor die Tür schießt Euro er suchte Morbys hier 9 Euro und ich war trotzdem mit es war wie du es blockierst denn er ist gut machen was ist es ist es glaube ich gemacht oder was so gut macht Prozent gut sind ich finde es genial ich finde es ja nach der Aufnahme vorliegen nach der Aufnahme und ich bin schon wieder im Loch fest Prozent in der der Prozent der Probe war die Weg ich hasse die sich ich habe mich ich hatte mich noch steht du hast die Brotow ist getötet ist abgeschlossen und auch nicht sehr überzeugend Prozent die die Reaktion von Test dabei geht es um Freundschaft und von uns ich liebe von ist Ort hier ist ein dieser Schoen nein nein ich war ein er hat er ich bin ich gewinne immer und den die 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 wohnung ein von vor Drugs Nutz warte Drugs und Sluts ja nicht Nutz Nutz wäre falsch das wäre und dafür liegt ihr soll ich jetzt auch zutrauen um wir haben wir müssen auch noch weiter weiter was er eine episode ein ist was für was erwartet hier kann man wirklich werden ja genau nein ich muss doch ein das ist eine konkrete ich kann nicht nach innen und die will er nur starten soll ich süß natürlich ich meine warum nicht ich weiß aber nicht welche und welchen wir haben ich weiß nicht welche Map das so weit ich hole uns einfach so das ist cheating werden äh lol der ist hier gar nicht das Spiel betrügt ja hier voll warum mit mir gar nicht es ist nur eine Illusionswidrig wie es nur eine Illusionswidrig ist etwas da nur weil wir es sehen er hat die bietet die Rüste das haben wir wissen die Antwort ist nein die Antwort ist halt dein Maul denn ich sehe vor dem Spiel ist sie und es trotzdem da doch so gut wow bin ich perfekt oh look at this das ist voll der geile Beat ey ey nein wir müssen den geilen Beat weitermachen fuck you stark vorhanden die das gibt sie ab Friese Red was geht hier ab Friese Kornhaus macht auch mit bei dem Leben geraten und da hat gd-off-lappel er meine Güte macht er nicht dass man die kaputt wo ist der Scheiß Cube in einem anderen Universum ich habe es nicht die Ecke die Ecke ist ein anderes Universum ist ein Eck in der Hand und sie sind ja was ist nein um Euro ihr okay gut dann machen wir weiter auch schick mal aber was oder gut immer diesen Kielmann die 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 das kein Daps der Remix wert doch alles ist das oder etwa doch wir werden es sehen in der Nähe im nächsten Part Transition Prozent für ich diese 8 Euro ich die sagt wo ist das geht ab ich bin für die Stin und Hör mir zu wie wenn das Ende bis dann und diese dieses Ende tschüss mit